Was ist die Idee, dass wir im Rahmen unserer Weihnachtsfeier eine Spendenbox aufstellen? Und ja, was da passiert ist, ist ein Familienunglück, also ein Unglück in der Familie und zwar der Familienvater ist im Alter von 33 Jahren beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen und hinterlässt jetzt seine Frau und drei Kinder im Alter von 3, 7 und 8 Jahren. Wir haben uns einfach gedacht, das ist eine gute Sache. Wir haben zusammen viel Blödsinn dieses Jahr gemacht und jetzt um die Weihnachtszeit ist vielleicht auch mal ganz gut, was Ernstes zu machen und Menschen zu helfen, so wie es in unseren möglichen Möglichkeiten ist oder im Rahmen unserer Möglichkeiten. Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch alle frohe Weihnachten, besinnliche Tage und ganz, ganz viel Glück und Gesundheit für eure Zukunft.